guten abend heute habe ich mal was zum trinken mitgebracht so habe ich meine flaschenöffner ich habe mitgebracht hier eine flasche aus mexico laritos lime naturflauer soda sie 370 milliliter made in mexico science 1950 so kohlensäurehaltiges erfrischungsgetränk die metten geschmack der schön aus habe ich gekauft in kassel in der metro probieren schmeckt ich weiß es noch nicht riechen riecht nach leimen passt zu meinem zylinder zu meinem hübschen grünlich einem direkt die farbe an von der flasche gehen wir mal schmeckt tatsächlich wie limone süß bisschen herb gut wie leim also wie limone könnte man sich wieder kaufen gut ist ja recht schön von der flasche her auch ich werde ich mir aufheben die flasche sehr schön ist liegen und schon ist getrunken für den bauch schön so das ist schon leim das wunderbar kann ich empfehlen leim geschmack ich habe gesehen das gibt es noch verschiedene sorgen rietos klasse schmeckt sehr gut kann ich empfehlen bis zum nächsten mal tschüss